Das ist der krasseste Solo Money Glitch ever Leute und denn in diesem Glitch gibt es keine Duplikate, kein Verkaufslimit oder sonst irgendwas. Ihr könnt wirklich Millionen machen in wirklich unglaublich weniger Zeit und das sogar für alle Plattformen. Aber ich würde sagen, was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, für diesen Glitch braucht ihr wirklich fast nichts, denn ihr braucht nur hier eine Autowerkstatt und ihr müsst CEO werden und ihr müsst eine Spielliste markieren. Und bevor ihr sagt, eure Spielliste, nein Leute, schaut euch das an, das müsst ihr gesehen haben. Aber gut, fangen wir einfach mal an, denn als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online Sitzung und fahrt jetzt hier zu eurer Autowerkstatt. Seid ihr jetzt bei eurer Autowerkstatt drinnen, dann geht ihr jetzt hoch zur Tafel. Es ist völlig egal, was auf der Tafel steht, Hauptsache geht jetzt da ran. Seid ihr bei der Tafel werdet ihr merken, dass ihr euch jetzt als CEO registrieren müsst. Das macht ihr jetzt einfach. Seid ihr jetzt hier registriert, dann drückt jetzt Optionen, Online-Spiellisten, meine markierte Spiellisten und sucht euch genau diese Spiellisten.